Hier so lass dich fliegen, lass doch deine Sünden, deine dicken Wolken sein. Jahr für Jahr reisen Gäste, Künstler aus aller Welt nach Leipzig zum Bachfest. Das ist wunderbar, allerdings ist unsere CO2-Bilanz dadurch durchaus problematisch. Hier wollen wir gegensteuern und haben mit der Idee der Anpflanzung eines Bachwaldes, glaube ich, die ideale Kompensation gefunden. Die Klassikwelt ist international und das ist sehr schön und sehr gut so. Leider bedingt das natürlich einen sehr großen CO2-Fußabdruck. Die Anpflanzung vom Wald ist die beste Form des Kampfes gegen die Klimakrise. Mit dem Standort am Stürmthaler See haben wir für den Bachwald den perfekten Platz gefunden. Zum einen, weil dies eine Landschaft ist, die durch den Braunkohletagebau der letzten Jahrzehnte massiv zerstört wurde und nun wieder erbühen soll. Zum anderen verbindet Johann Sebastian Bach eine besondere Geschichte mit dem Ort Stürmthal. Als er Thomas-Kantor wurde im Jahr 1723, hat er seine erste Dienstreise nach Stürmthal unternommen und hat in der kleinen Dorfkirche die neu erbaute Orgel mit einer wunderbaren Kantate, höchst erwünschtes Freudenfest, eingeweistet. Als wir von der Baumpflanzaktion des Bacharchivs erfahren haben, waren wir von Anfang an völlig begeistert. Denn gemeinschaftliches Engagement kann so viel bewirken. Wir hoffen natürlich, dass sich möglichst viele Freunde und Partner des Bacharchivs an der Baumpflanzaktion für den Bachwald beteiligen. Mein Name ist Elmar von Kolzern. Ich bin ein direkter Nachfahre von Johann Sebastian Bach. Wir selber schützen das Projekt mit ganzem Herzen und sind auch ganz gewischt, dass unser Ur-Ur-Ur-Großvater Johann Sebastian Bach sich ganz groß freuen, wenn dieser Bachwald zustande käme. Es ist eine wirklich großartige Initiative, das Bachfest mit der großen Kultur und der langen Tradition zusammenzubringen mit der Nachhaltigkeit. 129.000 Bäume sollen gepflanzt werden am Störmthaler See. Ich bin dabei. Unsere Bäume für den Bachwald. Unsere Bäume für den Bachwald. Wir sind dabei. Unsere Bäume für den Bachwald. Ich bin dabei. Meine Bäume für den Bachwald. Wir sind dabei. Unsere Bäume für den Bachwald. Wir sind dabei. Und Sie auch. Wir sind dabei. Und Sie auch. Wir sind dabei. Unsere Bäume für den Bachwald. Wir sind dabei. Da ist alles gut.